Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 8. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 613 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Panne, Startups, Apple TV, Retweets, Fold und Google I.O. natürlich. Ich beginne mit einer Panne, die es bei Starbucks gab oder besser gesagt bei Game of Thrones. Für all diejenigen, die das anschauen und nicht gespoilert werden möchten, hört nicht rein, überspringt ein paar Sekunden. In der vierten Folge taucht, und jetzt bitte überspringen, gut es geht weiter, ein Starbucks-Becher auf. Ziemlich unschön und für, oder ja, unschön für diejenigen, die das Geld nicht ausgeben haben müssen, ist natürlich schön. Sprich, Starbucks, die bekommen jetzt eine grosse, grosse Werbung. Für diejenigen, die jetzt kein Geld bekommen haben, dafür eher weniger. Also eben die Serie dahinter. Ja, sowas gibt es. Filmfehler oder eben Serienfehler. Da gibt es ja ganze Webseiten darüber. Tim Cook hat wieder mal ein Interview gegeben. Das tut er ja immer wieder mal von Zeit zu Zeit. Dieses Mal bei der CNBC und hat da ein bisschen, wie könnte es anders sein, über die Unternehmensgrundsätze, somit natürlich zum Thema vor allem Sicherheit und Datenhoheit etc. gesprochen. Unter anderem hat er auch gesprochen, dass Apple ein bisschen ist wie ein Startup. Also nicht wie ein normales, grosses, digitales Unternehmen, sondern ein Technologieunternehmen, sondern eben ein Startup mit vielen kleinen Gruppen, die auch untereinander miteinander agieren etc. Und halt eben, dass die Privatsphäre bei ihnen ganz, ganz hoch gestochen ist. Warum erwähne ich das? Weiss ich auch nicht. Habe ich heute aufgeschnappt. Gehen wir doch weiter zum nächsten Thema. Apple TV ist in der neuen Version, also die App in der neuen Version aufgetaucht und somit auch der erste TV-Channel in Deutschland. Zumindest wer das Ganze in der Beta-Version nutzt, iOS 12.3 oder tvOS 12.3, hat eben die neue Apple TV-App und dazu eben auch schon die erste Folge oder den ersten TV-Channel mit drin. Genau, genaueres, was es da kostet und so weiter ist noch nicht bekannt. Aktuell drin ist, dass man zwei Wochen Probe-Abo hat. Das hat man ja schon irgendwie durchsickern lassen. Der Preis für diesen TV-Channel Stars mit Z geschrieben Play ist 4,99 im Monat. Ob das der finale Preis ist und wie eben die vielleicht hoffentlich kommenden Paketpreise sind, das weiss man noch nicht. Weiter geht's mit Twitter. Ihr kennt das sicherlich. Das ist meiner Meinung nach immer noch das tollste Social Network, was es so gibt in diesem Internet. Hat eine neue Funktion spendiert bekommen. Wenn ihr Retweets macht, könnt ihr ja schon seit einigen Jahren ein erweitertes Retweet machen, wo ihr Texte reinschreiben könnt oder einfach direkt retweeten, 1 zu 1 quasi. Was da bis jetzt nicht möglich war, und da bin ich auch schon ein paar Mal drüber gestolpert, weil ich es eigentlich gerne gemacht hätte, ist, man konnte kein Foto einfügen. Neu kann man jetzt dann neben Fotos auch Videos mit einbinden und natürlich auch GIFs. Happy Retweeting, meine lieben Menschen da draussen. Das Samsung Galaxy Fold wird anscheinend storniert. Es bekommen immer mehr Nutzer die Mail, Nutzer, sprich Vorbesteller die Mail, dass es nicht oder nicht so schnell auf den Markt kommen wird, wie von Samsung gedacht. Man hat bis zum 31. Mai Zeit, Einspruch zu erheben, sodass man das Gerät dennoch bekommt, wenn man es denn haben möchte. Ansonsten wird die Bestellung einfach annulliert aufgelöst. Schade, schade. Mal schauen, wenn es dann soweit ist und vor allem, wenn es auch wirklich brauchbar sein wird. Dann ja, gestern habe ich schon davon berichtet, die Microsoft Build ist in vollem Gange. Da gab es auch Neuigkeiten zu dem Linux-Kernel, welches Microsoft neu, besser und tiefer, nicht nur virtualisiert, in Windows 10 integriert hat und gestern auch gestartet hat die Google I.O. Da gab es die grosse Start-Keynote und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht komplett gesehen, nur Ausschnitte. Ich hatte Papa-Tag und somit nicht wirklich viel Ressourcen. Haben mir aber ein paar, wie sich schlussendlich herausstellte, meinen oder anderen Ort glückliche Treffer gelandet und haben natürlich auch ein bisschen nachgelesen, was es so alles gegeben hat. Unter anderem werden die Google Pixel-Telefone wieder erschwinglicher. Es kommt eine 3,5 mm Klinkensteck rein, obwohl, kurz schauen, falsches Gerät, da ist es in den alten oder alten aktuellen hatten wir den, nee, da ist keiner drin, genau. Der kommt zurück und der Preis wird, wie gesagt, ein bisschen angenehmer. Ab 399 US-Dollar soll es da losgehen. Bessere oder tollere Kamera und auch ein paar andere Dinge, die da noch ein bisschen mit rein spielen. Dann Android Q, das kommende, irgendwann ab Herbst verfügbare neue Android-Betriebssystem soll dunkler werden, also Dark Theme. Es soll sicherer werden und smarter werden. Ihr habt die Möglichkeit, Smart Replies zu machen, direkt in den Notifications schon antworten, mit Vorschlägen etc. Google will da ganz viel AI und KI reinstecken. Und auch sonst soll das Ganze ziemlich smart werden. Was ich gestern schon angekündigt habe, ein neues Look für Android Auto wird kommen, ab dem Sommer, Herbst. Und Google Duplex geht ans Internet. Im letzten Jahr haben die es gross angekündigt mit dem Assistenten, der selbstständig rumtelefoniert hat. Da geht es jetzt einen deutlichen Schritt weiter. Da habe ich kurz reingeschaut und gesehen, da kann man jetzt quasi einen Anrufbeantworter in schlauer machen, der schon gleich gewisse Dinge für einen abklärt oder mit aufnimmt. Plus neben dem Browser bekommt ihr jetzt auch Maps in Cognito-Modus. Ihr könnt euch also nun, Klammer auf, anonym, Klammer zu, in Google-Sicht bewegen. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute am Mittwoch für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Tag, habt ein bisschen was mitnehmen können und wir hören uns morgen wieder. Würde mich freuen. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.